Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode des Platoon 2 der Outdakespansch, da bleibt immer wieder zurück. Aber jetzt hat man gemäßt, da war aber auch ein Heavy-Challenge dabei. Zum Schluss ein Geschenk-Spam. Baba, ich sehe, was ich belastet habe. Egal, wenn ich genau aufgelenkt habe, den Skulpturepark, ja, den kann man auch, den Tag, wo man den hübschen müsste. Das war wirklich ein Highlight von diesem Octo-Expansion. Let's play für mich persönlich. Und heute, wie ich gleich versprochen habe, gehen wir auf Flummigen. Springen, erschießen, umwehen auf Ziel. Was ich gesagt habe, zum Ziel. Wir machen also, den Niveau geht um... Hey, ich... Oh, nee... Das ist nicht der Tag. Der Tag hat errichtet. So, ich stelle drüber. Was? Ich komme jetzt weg. Was fällt denn, die laufen hier? Oh, Gott. Das war der von mir. Man, oh. Oh, nein... Wen hört die Idee gegen den Doe Level zu können? Also, oh mein Gott... Wie soll ich das machen? Vielleicht das Doe? Vielleicht das Doe? Der hat schon irgendwo den letzten Player der Durst zu heilig, dass du meinst, ich muss... Ich muss zu Europa kommen, aber ich kann nicht mehr. ich weiß nicht wie die verkehr geht was du da ich weiß einfach nicht wie ich die ohren dritte du kommst nicht nur doch hier die konstante geht dadurch schon ich muss ja wirklich die drucken ich muss ja wirklich die drucken kommen wir doch nicht scheiße mit schmutzern mitkommen ich muss ja wirklich die drucken 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 die mit den drucken ich muss ja wirklich die drucken die drucken die drucken ich muss ja wirklich die drucken die drucken ich kriege noch keine hölle gerade ich sehe von den speakers ich muss ja wirklich die drucken ich muss ja wirklich die drucken ich muss ja auch die drucken Ich darf hier kommen, ja, nicht Irgendein. Ich komme dann vom Dirk, das geht doch besser. Textlesen, ja, Mann. I-Spurt. Oh, Gott. Das ist richtig, Kacke. Ich glaube, ich habe noch einen Schanzel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss auf den Stream denken. Im Sinne von, wer ist sicher? Wo muss ich hinspringen? Muss ich auf den B-Knappchen oder mich sicher gehen? Aber wenn ich hier den F dann muss ich mal den Zettel freischalten. Wenn ich hier den F nicht dann will ich nicht wissen, was hier alles noch drin könnte. Wenn wir hier noch 2 Level am F fertig sind und ich weiß nicht, ob wir in wenigen Minuten hören. Aber ich werde dann versuchen, dass wir das abholen. Denn das hier wäre ein Level-Board. Wie geil. Ein großer Challenge wäre das hier. Ich schaue genau, ob wir das nächste oder... Ich meine. Denn das hier muss ich mit dem Goldfisch gekriegen. Das ist ein bisschen mehr Aufhärtung im Sinne von mit den mit den Leveln sind mit Geishnern. Mal länger 5 Minuten Zeit. Aber ich war kein... Warte. mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem Piraten-Schiff hat ein Update gemacht. Und ein Update war ein bisschen besonders, weil du als ein Update gemacht hast, jemand auf den Gamescom. Verschiedene Leute von dir waren mit dabei. Und das kann es nicht mehr. Oh nein. Das ist vollkommen dabei. Besidee. Es ist für 5 Minuten Zeit. Ja, ey. Außer an der Zahn, wie ich durchstöne. Wird's ja doch am Kreis rundherum laufen. Ich könnte sagen, er hat mit Footy gemacht. Ich muss vermaupassen, da den Teil mal nicht drauf gehen. Wow. Der geht geteilt, mir packen da. Der Mensch hat besser gehabt, der Pacht. Zu Klosen. Wieso könnt ihr euch zu dem Punkt, da geht Goldfischkorn holen. Magne Schwissat. Magne Schwissat. So, der Sack kennt mich aber, weil ich weiß, wie das hier geht. Das ist ein Fuß mit einem Goldfischkanon. Kanon oder Blitzbüsch gesagt. Und der Fuß hat euch gewissen. Ich muss ja kein Wasser trinken, weil... Jetzt ist mir ein Zahn durchgepasst. Jetzt haben wir noch ein zweites Level gepackt. Hier ist ein Mini-Mietrichter. Kawaii, so eine Schüsse. Und das Souvenir ist nicht gut gelungen. Da... Der Mini-Mietrichter ist gut gelungen. Also Mietrichter... Ich weiß nicht, dass ich sie nicht nur vom Fürsten entfüllen. Aber... Das ist ziemlich leise. Und Blitzbüsch, etwa ein sehr geiler Paar, das nicht von Schwierigkeiten gerät. Ich bin in zwei Verkühlen gepackt und im Marienmuseum innerhalb von fünf Minuten. Um Piratenchöfen nicht immer genannt. Um zu finischen, habe ich noch Flügel. Ich meine, du kannst nur noch zwei in diesem Chateau gepackt. Ich meine... Auf jeden Fall von mir selber. Nächstes geht dann... Drehwerk. Und ich gucke, ich wüsst, wie treu ich vollstoß. Ja, da müsste man... Soll man den Jod... Wie viel an die meisten Dingspunkte so anhalten ist, wäre das kein... Das müsste dann... Moment, doch, das wäre der vierte Dingspunkt. Sag mal, was haben wir jetzt? Ne, wir missten einen Moment. Der Jod ist nicht das nächste. Der Jod... Ja, da kann ich nicht mehr an. Nein, 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 nein. Ich habe nicht gesucht. Wir machen den Dingspunkt ganz normal. Also, wir gehen... Oh, du Froski. Also, wir machen auch noch Lücken. Pasch. Da war der Jod. Ich weiß nicht, du gehst da drücken. Ah ja, das wäre ein C am Platz. Du hattest ja bisher schon viel geschafft. Da sind wir sehr durcheinander. Also, wir kombinieren dann keine Dingspunkte. Keine Panik. Ob der Titanic... Respektiv... Und Piratischöf. Wie man da bisschen harte Panik... Ähm... Am Marienmuseum. Obwohl, wir haben zwei Leute zu leveln. Nächsten... Ähm... Chapeau... Also... Da stehen gepackten... Ich wünsche mir mal ein bisschen selber. Ich habe schon während dem Level... meinem Gedanken gespielt... schon zu cheaten... an dem Level zu finishen. Ich werde mich wirklich... Bedauern... Also... Wenn du wirklich guckst... Die letzten 10 Parts werde ich hier drauf tun. Ohne mal da Cheat-Codes... Sitz und heranzuzählen. Ich glaube nicht zu viel, weil... Nichts geht ja Cheaten an alles. Und gut. Ich weiß das für mich. Und gut interessant, für euch zu nutzen. Ich glaube nicht so ein bisschen... Merci. Und schloss nicht los. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Ciao, ciao.